Moin, hallo und willkommen zurück zu Unity Legends. Rettet den Weihnachtsmann im Deutschen oder Who Framed Santa Claus im Englischen. Wir müssen gegen den bösen Teddybären antreten und wir müssen, glaube ich, die Punkte verbinden hier. Verbinde mindestens drei gleiche Symbole, deine Farbe und fülle ein Röhrchen, genau. Da müssen wir nur gucken, welche Farben unsere sind. Unsere sind grün, blau und gelb. Wir müssen gucken, dass wir im Grunde genommen mehr auffüllen können als der Teddybär. Aber ich sehe gerade, wir haben nichts, was wir verbinden können für uns jetzt hier, was ein bisschen doof ist. Das heißt, wir müssten die so wenig wie möglich bewegen, aber gucken, dass wir trotzdem vorankommen. Das heißt, wir müssen die verbinden, so. Grün kommt schon näher, reicht aber noch nicht. Blau haben wir jetzt für uns. Jetzt haben wir gelb für uns, das ist gut. Okay, jetzt müssen wir rot auffüllen, was nicht so toll ist. Dafür kriegen wir jetzt gelb. Das rüchte jetzt voll, jetzt haben wir grün. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, wie machen wir das denn hier. Grün ist da oben, gelb ist da unten, blau ist da. Wir haben aber leider nichts, was wir verbinden können, so, ne. Das ist nicht so toll. Wir müssen die roten loswerden hier. Jetzt haben wir blau hier, aber das reicht noch nicht. Wir müssten hier orange noch loswerden. Aber so. Können wir blau füllen, jetzt müssen wir grün noch füllen. Das ist kein Problem, also haben wir die jetzt hingekriegt. Okay, wir müssen zweimal, nee, zweimal müssen wir hier, glaube ich, noch, ne. Ich glaube, ja. Gucken wir mal, das ist grün. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Hier ist kein grün mehr, da ist gelb. Blau ist aber verstreut. Tja, machen wir rot erst mal weg, würde ich sagen. Gucken, was da hier noch rumkommt. Gut, da ist ein gelber. Nehmen wir die drei weg. Die drei weg. Hier ist gelb für uns. Das ist grün. Oh, jetzt geht es los mit blau. Blau ist ziemlich weit, jetzt gelb haben wir hier. Das reicht leider nicht. Blau brauchen wir auch noch ein bisschen. Das müssen wir hier ein bisschen rot aufräumen. Da, lila. Jetzt haben wir blau. Blau müsste voll sein. Gelb brauchen wir noch und grün. Wie mache ich das denn mit grün? Jetzt hier grün ist da hinten. Da kommen wir nicht ran. Nehmen wir die ja mal weg. Nee, na, ist egal. Jetzt haben wir hier drei grüne. Können wir das mal wegnehmen? Da ist immer da blau drin. Oh, Mann. Ähm. Lila muss hier weg. Jetzt habe ich hier gelb und hier gelb. Das wird mir nicht weiter. Grün brauche ich noch. Blau ist voll. Können wir hier vielleicht gelb rausholen? Ja, da. Ja, da. Das kriegen wir hin. Okay. Okay. Das sind ja. Das ist ja. Das ist ja. Das ist ja. Das ist ja. Dash away! Dash away! Dash away, all! You won't escape me that easily! Good morning, Sleepyhead. Rise and shine. We warned you not to leave your house, but no, you had to be a hero. Now you'll stay locked up until Krampus and I destroy Christmas for good. Auf Teddy und sag Krampus, dass ich so schnell nicht aufgeben werde. Wir kommen aus dem Dungeon. Okay, wir sind jetzt in Krampus' Dungeon gefangen hier. Ich will gar nicht wissen, was das für ein Dungeon ist. Wir müssen Weihnachten immer noch retten. Das Geschenk ist so tief unten. Mit einem Band könnte ich es ja rausholen. Okay. Oh. Das ist der einzige Glücksfund in der Zelle. Okay. Hier ist Weihnachten, wenn auch auf sehr sonderbare Weise. Tja, was haben wir denn hier? Hier haben wir noch was Eingefrorenes. Ich könnte diese Laterne verwenden, aber sie ist eingefroren. Hier ist auch alles eingefroren. Hm. Ist hier zufällig noch irgendwas, was wir anklicken können? Da, Frau Weihnachtsmann zum Beispiel. Das ist ein sehr merkwürdiger Dungeon. Hier sind Zellen. Was haben wir hier? Manche dieser Zielstande mit Symbolen sind beweglich. Ich könnte nur eine Anleitung, die mir zeigt, welche ich bewegen muss. Okay. Müssen wir rausfinden. Was ist mit den Stangen hier? Da hast du die Süßigkeiten. Der Hüppel ist gerade weg. Der Hüppel ist zu weit weg. Ich muss improvisieren und eine Anleitung weg sich bauen, um ihn zu erreichen. Hier haben wir Süßigkeiten. Zuckerstange nehmen wir mit. Können wir zufällig mit der Zuckerstange das Geschenk da unten rausfischen? Ich habe uns zu Zuckerstangen darüber gut sein können, ne? Ich habe jetzt eine Zuckerstange und ein Geschenk. Was haben wir denn hier? Ein Band. Das Band können wir kombinieren. Und das können wir hier improvisieren. Jo, ich habe es geschafft. Alles klar. Flur im Dungeon. Was haben wir hier? Das Crampus. Was ist das für eine Blume in seiner Hand? Sieht aus wie eine... Ich konnte nicht mehr lesen. Was findet der Schneemann? Okay. Der sieht nicht so toll aus. Was ist mit dem Schneemann los? Er scheint, er wurde an einen Bösen verwandelt. Vermutlich befinden sich im Mechanismus eine Deckenluke. Wieder diese Blumen. Ein paar Blumen da fehlen. Oha, ich ahne schon gar fürchterbares. Da haben wir das. Was ist das hier? Da muss er was in der Hand halten, glaube ich. Was haben wir hier? Ich glaube, hier fehlt eine Lampe. Die müssen wir da drüben noch haben. Was haben wir hier? Und diese Bude kommen mir bekannt vor. Laterne, Laterne. Okay, konnten wir hier noch irgendwas machen? Ich glaube, hier fehlt eine Lampe. Lampe brauchen wir. Können wir da gucken? Oh oh. Oh, na toll. Okay. Wir haben jetzt eine Kerze. Können wir mit der Kerze zufälligerweise... Wollen wir mal... ...hier... ...die Laterne auftauen? Sehr gut, wir haben eine Laterne. Die Laterne brauchen wir hier drüben, wenn ich das richtig gesehen habe, ne? Ne, warte, erstmal aufmachen. Da ist noch was drinne. Können wir die Kerze da reinstellen? Können wir. Okay, jetzt haben wir die Laterne. Die Laterne muss jetzt hier hin, oder? So, wo kommen wir fern vor? Hier fehlt eine Laterne. Okay. Was haben wir jetzt mitgenommen? Da ist irgendwas noch. Was haben wir hier? Stab der Statue und ein Kästchen. Das Kästchen, da fehlt noch was. Okay, Laterne bleibt jetzt da. Du kriegst den Stab. Können wir den geben? Na, kann ich nicht... Hier der Stab. Geht nicht. Ah, ich muss die richtige Reihenfolge wiederfinden. Okay. Auch nicht. Letzte? Nein. Der vorletzte. Der hier? Auch nicht. Ah, toll. Nach bloß, das geht wieder nach hinten. Okay. Jetzt braucht die Statue den Stab. Den hat er. Und dann kriege ich das dafür. Jetzt haben wir zwei Blutmätter, die wir hier einsetzen können. Okay, jetzt geht das so auf und wir müssen Zahnräder verbinden, oder was wird das jetzt? Sieht so aus, ne? Ich glaube ja, oder? Wo machen wir das denn? Ne, warte mal, das sieht irgendwie komisch aus. Augen? Für die Statue? Ich glaube ja. Zauberblume. Ah, da bin ich mal gespannt. Hier haben wir... Was haben wir denn hier? Kommt mit Diamant hin? Okay. Jetzt haben wir hier Notiz der Blume. Da ist die Blume und ein Radteil. Jetzt müssen wir hier einsetzen, ne? Da fehlt aber noch ein Rad. Und hier müssen wir uns funktionieren, nur wenn alle Räder verbunden sind. Eine Blume? Können wir die Blume hier benutzen? Wofür brauche ich die Blume? Hier nicht, ne? Nein, da ist der Kot hier. Wir brauchen den hier. Äh, diese komische Treppe. Und wir brauchen noch dieses angewinkelte Ding. Das hier. Okay, da können wir wieder schwimmeln hier. Ein paar... Oha. Ein paar Spielzeuge. So, was haben wir denn hier? Das hat sich verwandelt. Das ist... Was ist denn das eigentlich? Ist gleich aufgefallen. Da ist noch die Socke. Das ist eine Hand. Ugh, eine komische Hand. Das ist ein Hammer. Können wir da was kaputt machen? Eine Weihnachtsfrau. Ne, eine Schneefrau. Schneemannfrau. Okay. Was haben wir denn noch? Kann man hier noch irgendwo drüber happen? Dir fehlt noch was? Der seltsame Kopf einer Stratu. Da ist noch die Glocke. Wo kommst du denn? Das spielst du die ganze Zeit? Okay, den nehmen wir mit. Dann brauchen wir... Ähm... Müssen wir noch Fäden? Hier ist eine Feder. Wofür brauche ich die Feder? Eine Feder. Keine Ahnung, wofür wir die Feder brauchen können. Da ist noch eine Feder. Haben wir eine Maske irgendwo hier zufälligerweise? Hast du der Faden? Da ist der Kopf. Das Herz. Da ist noch eine Feder. Wo müssen wir die Federn hineinsetzen? Hier. Da unten. Okay, da. Da. Staubwedel. Einige Federn. Okay, da fehlt noch eine Feder. Da ist noch eine Feder. Komplett. Und jetzt können wir was wedeln. Was können wir denn wedeln? Hier hinten. Okay, da ist das Rad, das wir brauchen. Wir brauchen jetzt noch die anderen Sachen. Wo haben wir denn noch diese Sachen? Der Schneeflock ist hier. Das Rentier sehe ich jetzt gerade nicht. Dann brauchen wir noch... Ich weiß gar nicht. Ist das ein Kristall? Verriegelt. Verriegelt. Da ist der Schlüssel. Da ist der Stern. Für den Baum. Jetzt müssen wir noch das Rentier finden. Das sehe ich aber gerade nicht. Muss ich es zugeben. Da ist das Rentier. Okay. Und dann brauchen wir noch dieses... Ich weiß gar nicht. Kristall. Da. Da. Bis zum nächsten Mal.